Über die Klimapolitik möchte ich jetzt mit der umweltpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Judith Skudelny, sprechen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich nehme an, Sie sind auch enttäuscht von dem Ergebnis der UNO-Klimakonferenz. Was muss jetzt geschehen? Was muss jetzt geschehen? Eine gute Frage. Wir müssen tatsächlich die Gespräche auch mit anderen Ländern nochmal intensivieren. Wir haben im nächsten Jahr nochmal eine große Klimakonferenz. Da steigt natürlich der Druck und wir werden hier nur Ergebnisse erzielen, wenn wir auf dem Weg, das heißt das nächste Jahr wirklich dazu nutzen, bilaterale Gespräche zu führen, aber auch Europa dazu zu bringen, mit anderen Ländern in Kooperationsverhandlungen zu treten. Die UN-Weltklimakonferenz ist ja deshalb auch so schwach bewertet und das Abschlussdokument entsprechend vage- und ambitionslos, weil die USA und Australien und andere Länder dagegen waren, sich festzulegen. Ist es da nicht gut, dass die USA das Pariser Abkommen verlassen? So können sie es wenigstens nicht von innen in Zukunft noch weiter aushöhlen. Naja, dass ein Verhandlungspartner geht, ist niemals gut. Wir sehen es jetzt beim Brexit mit England. Auch hier wäre es mir lieber gewesen, sie wären mit an Bord geblieben und würden im gleichen Strang ziehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir gute Kompromisse brauchen. Daran ist ja letztlich die Klimakonferenz gescheitert, dass die Kompromisse, die geschlossen hätten werden können, schlecht gewesen wären. Wir brauchen gute Kompromisse und da ist aber eine Verhandlung mit Leuten im Gespräch bleiben, nach Lösungen suchen und ringen, immer der bessere Weg, als zu sagen, wir sprechen gar nicht mehr mit euch. Insofern, mir wäre es lieber gewesen, die USA wären mit an Bord, aber jetzt muss es eben auch ohne sie gehen. Die eigentliche Aufgabe in Madrid war ja, Regeln für einen internationalen Emissionshandel zu beschließen. Inwieweit wird denn nun der Green Deal der Europäischen Union diesen Emissionshandel dann verbessern? Nun, der Green Deal der Europäischen Kommission ist natürlich erstmal ein Schritt, die Ziele genauer zu definieren. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir auch die Wege besser definieren. Und genau das ist das, wo ich gesagt habe, wir müssen in Kooperation treten. Wir haben viele Länder, die auch schon einen Emissionshandel haben und mit denen müssen wir Vereinbarungen treffen, wie wir unsere bilateralen Emissionshandel, die nationalen, die europäischen Emissionshandel miteinander verknüpfen können, damit wir hier schon ein Netz spannen, auf das dann die UN aufsetzen kann. Zum deutschen Klimapaket. Die Bundesregierung und die Bundesländer, die haben sich offenbar in dieser Nacht geeinigt, der CO2-Preis soll zum Beispiel von 10 auf 25 Euro pro Tonne steigen und der Mehrwertsteuersatz für Bahntickets soll sinken. Das ist ein Erfolg, so klingt es zumindest. Sehen Sie das auch so? Nun, zunächst einmal ist es ein Erfolg für die Staatseinnahmen, die werden deutlich steigen. Es ist nicht zwingend ein Erfolg für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, weil die Entlastungsmaßnahmen, die auf der anderen Seite kommen sollen, die lassen offensichtlich noch auf sich warten. Andererseits hört man allerdings, dass sehr wohl die Bürger entlastet werden sollen, weil das Ganze soll dann auf die EEG-Umlage umgewälzt werden und dann den Bürgern zugutekommen. Also so ganz, so wie Sie es gesagt haben, scheint es nun nicht so zu sein. Nein, die EEG-Umlage soll entlastet werden, aber mir fehlt noch ganz dringend die Pendlerpauschale und was noch viel wichtiger ist, eine der ganz großen Bereiche beim Klimaschutz sind die Gebäude und wir brauchen Fortschritte bei der energetischen Gebäudesanierung, weil wir hier viel Klimaschutz betreiben können und die Menschen dabei hier in Deutschland Unterstützung dabei brauchen. Was muss denn das Klimapaket sonst noch leisten? Wo würden Sie, wenn Sie an der Regierung wären, denn, warum lachen Sie, wo würden Sie denn da noch nachbessern? Also das Klimapaket soll erstmal Klimaschutz betreiben und das ist genau der Grundunterschied, den die Liberalen mit dem jetzigen Klimapaket haben. Wir bepreisen CO2, wir setzen aber keinen Deckel drauf, wir begrenzen es nicht. Und ein Klimaschutzpaket sollte das Klima schützen, sollte eine Begrenzung von CO2-Emissionen aus Deutschland erreichen und genau das fehlt dem Klimaschutzpaket nach wie vor. Es gehen so viele Menschen auf die Straßen, vor allem die junge Generation, wie nie zuvor in diesem Jahr. Und die Politik, so scheint es, hat wenig Erfolg und wenig Überzeugungskraft, weder in Madrid noch in Berlin. Was muss getan werden, um die jungen Leute davon zu überzeugen, ja, die Politiker tun, was sie haben, es erkannt und sie werden das Klima erfolgreich auch schützen? Also ich glaube, wir müssen mit den jungen Menschen, aber auch mit vielen Politikern mehr in die Diskussion gehen. Auf der einen Seite ist es richtig, wir müssen CO2 deckeln, wir müssen den Ausstoß reduzieren und vor allem begrenzen. Auf der anderen Seite ringen wir ja gerade um die Frage des, wie schaffen wir das? Und wir müssen Klimaschutz und Wohlstand unter einen Hut bringen und erst wenn wir beide Sachen gemeinsam schaffen, werden wir tatsächlich auch in der Politik ernsthafte Erfolge sehen. Wir brauchen Technologieoffenheit, wir brauchen eine große Effizienz, das heißt so viel Klimaschutz wie möglich für den Euro und das ist das, was das Klimaschutzpaket im Moment leider nicht leistet. Sagt Judith Skudelny von der FDP-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für das Gespräch, eine schöne Woche Ihnen. Gleichfalls, vielen Dank. Vielen Dank.